Für unseren Referenzpunkt RSFPX90 haben wir auch eine Schutzkappe entwickelt, die sich magnetisch einfach auf das Produkt aufbringen lässt, um zum Beispiel im Winter vor Kälte und vor Nässe und vor Eis zu schützen, beziehungsweise auf Baustellen mit hoher Verschmutzung auch den Referenzpunkt entsprechend zu schützen. 4. 5. 6. 7.